Gut, dann Servus miteinander im ersten richtigen Sessionslot nach der Keynote. Ich bringe euch Inhalte hier nach Österreich, kindly sponsored by Steuerzahler der Bundesrepublik Deutschland. Es wird nämlich um Sivekos gehen. Sivekos ist eine unheimlich griffige Abkürzung für den eigentlichen Projektnamen, nämlich sichere Webseiten und Content-Management-Systeme. Ja, mit diesem Projekt tingle ich durch die Lande. Mein Name ist David Yadin, ich komme aus Köln, einer gewöhnlichen Stadt, das ist aber doch ein bisschen angeschnitten, ne? Na, ist egal, machen wir ein Hörbuch draus. Das ist eine Stadt in Westdeutschland. Ich bin seit knapp 15, 16 Jahren oder sowas in der Joomla-Community unterwegs. Da hieß es noch Mambo, als ich eingestiegen bin. Mambo 450. Habe damals eine Website für den Fußballverein von meinem kleinen Bruder gemacht, der auch da ist und bin dann irgendwie in diese Schiene reingerutscht. War nie so geplant, hat sich so ergeben. Dementsprechend sind meine höchsten Bildungsabschlüsse auch das Abitur, der Führerschein, das Seepferdchen. Von da an ging es dann steil in die Joomla-Karriere rein. Ähm, ich leite das Joomla-Security-Strike-Team, also das Security-Team des Joomla-Projekts. Es gibt ganz wenig Bilder von uns, weil das alles so kamerascheu gestalten sind. Ähm, aber, äh, ja, man sieht, das ist eine Handvoll Hanseln. Wir haben ein leichtes Defizit in Sachen Diversity, würde ich mal vorsichtig sagen. Ähm, der Anteil an, an, an weißen privilegierten Männern, ähm, ist auffällig, aber wir arbeiten fieberhaft dran. Ähm, genau. Ich soll euch was über Sivecos erzählen. Ähm, damit wir damit anfangen können, muss ich aber vorher ein bisschen ausholen, damit ihr wisst, in welcher Rolle ich hier stehe. Ähm, dafür machen wir eine kleine Zeitreise ins Jahr 2012, glaube ich. Ähm, da ist dieses Foto hier entstanden, das ihr auf dem Kartoffelbeamer wunderbar erkennen könnt. Ähm, was ihr hier sehen würdet, wäre, äh, ein junger Mann mit wenig Haar, das ist Hagen Graf, der euch vielleicht ein Begriff ist, als, ähm, der hat mal viele Bücher über Joomla geschrieben. Ähm, ähm, kommt aus der Typo3-Community, war da lange Zeit hauptamtlicher Community-Manager. Robert Windig ist bis heute bekanntes Gesicht der deutschsprachigen WordPress-Community, ähm, der Kollege kam von Magento, Namen habe ich vergessen, ich glaube Robin, ähm, und das ist mein jüngeres Ich. Ähm, wir haben uns eingefunden auf dem, äh, Cebit-Stand, den Mitwald damals hatte. Ähm, Mitwald, äh, ja, die wollten sich halt den Traum erfüllen, den Cebit-Stand zu haben in Hannover und haben relativ schnell begriffen, dass man als Hoster wahrscheinlich nicht unbedingt damit zu kämpfen hat, von potenzieller Kundschaft überrannt zu werden. Deswegen haben sie einen Marketing-Genie-Streich aus der Taufe gehoben, der seinesgleichen sucht. Sie haben den großen Open-Source-CMS angeboten, man könnte einen kostenlosen Stand auf dem Stand von Mitwald haben. Das war ein riesiger Publikumsmagnet, es gab nur eine Bedingung, nämlich jedes Mal, wenn man als CMS-Mensch dann nach Hosting gefragt worden ist, musste man sagen, geht doch mal zum Mitwald, guckt mal da. Ähm, wir dachten am Anfang, also vor allen Dingen ich, als ich da hingefahren bin, boah, das wird bestimmt drei Tage lang WordPress bashen oder man geht sich gegenseitig furchtbar auf den Nerv, weil man auf einem Stand mit den Konkurrenten stehen muss. Ähm, haben dann aber für uns relativ schnell gemerkt, so nach drei Kaffee ungefähr, dass das eigentlich was Positives hat, mal den Experten der anderen Systeme über die Schulter schauen zu können, weil was den Experten des anderen Systems auszeichnet, ist nicht unbedingt, dass er dir den super Marketing-Pitch liefern kann, was an Drupal so super ist, sondern der hat zehn Jahre damit gearbeitet hat, der weiß ganz genau, wo bei Drupal die Leichen im Keller liegen. Und dadurch weißt du nach 15 Minuten Gespräch ganz genau, wo du Drupal nicht verwendest. Wo ist der Use Case, wo hört's auf? Und so eine Stunde über den Stand und du wusstest genau, welches CMS für welchen Use Case. Das war für uns ein kleines Aha-Erlebnis und wir dachten, wir machen das nochmal, aber ohne Mitwald. Ähm, und daraus ist der CMS Garden entstanden. Das ist der, der quasi Lobby-Verband der deutschsprachigen Open-Source-CMS, kommt aus dem Gedanken, dass ein Garden nur dann wirklich schön ist, wenn es viele verschiedene Blümchen gibt. Ähm, und nein, der Name hat nichts mit meinem Nachnamen zu tun. Den Namen gab es, bevor ich mit dabei war, auch wenn ich das jedes Mal gefragt werde. Ähm, wir sind gestartet im CMS Garden mit insgesamt zwölf System. Ähm, gibt immer so eine gewisse Fluktuation, aber, ähm, ja. Also der harte Kern ist mit dabei und auch das, was man so kennt. Contao hat im deutschsprachigen Raum ja noch Verbreitung. Contenido kennen einige noch von damals früher, aber das gibt's tatsächlich immer noch. Django ist auf Python-Basis. Drupal wird ein Begriff sein. Joomla kennt der ein oder andere. Open-CMS ist auf Java-Basis. Plone ist Python. Papaya ist PHP. Redaxo ist PHP. Scientific-CMS, das sind zwei Typen, die das entwickeln. Ähm, speziell um wissenschaftliche Dokumente im Rahmen von, von Universitätsveröffentlichungen zu sammeln, zu katalogisieren, Querverweise zu machen und sowas. Typo3 und WordPress, glaube ich, kennt ihr ja auch. Genau, und dann haben wir angefangen, so einen lustigen Stand zu machen fürs nächste Jahr auf der CeBIT. Hatten so knapp 10.000 Leute, ähm, die uns da besucht haben. War ein riesiger Erfolg. Und daraus haben sich drei Ergebnisse ergeben. Das erste war, für uns als, wir nennen uns selber Botschafter, kam das große AHA-Erlebnis. Jedes System hat seine Berechtigung, jedes Bereich hat seinen Use Case. Ähm, und, äh, man muss sich nicht gegenseitig nerven. Es gibt dabei im Garden das geflügelte Wort, wenn das einzige Werkzeug, das du kennst, ein Hammer ist, sieht auch jedes Problem wie ein Nagel aus. Und da neigen wir CMS-Fanboys leider furchtbar zu. Natürlich kann ich mit WordPress Mercedes-Benz.com umsetzen, aber es ist dann wahrscheinlich Kacke. Ne, und so kann ich mit Joomla auch einen Blog betreiben, aber ich könnte auch einen WordPress nehmen. Die zweite Geschichte, die wir gelernt haben, war, ähm, das, was wir erzählen, ist für die Besucher auch unheimlich wertvoll. Weil gerade das, was an den Systemen schlecht ist, oder wo sie nicht optimal darauf ausgelegt sind, das hört man relativ wenig, um das mal vorsichtig zu sagen, im Internet. Ähm, und unser Hauptziel war einfach, Hauptsache, die nehmen irgendein Open-Source-System und kein proprietäres, kein Wix oder sowas. Und die letzte Feststellung, die wir auf diesem Stand haben, da schließt sich jetzt der Kreis in Richtung Sivikos. Ähm, wir waren interessant in diesem Zusammenschluss, weil diese Systeme sind ein Drittel des Internets. Jede dritte Seite im Netz läuft mit einem dieser Systeme und im CMS-Markt ist es sogar noch weit darüber hinaus. Ich glaube, es sind inzwischen über 80 Prozent der CMS-basierten Seiten, die mit einem Open-Source-System im Garden laufen. Das hat uns interessant gemacht für Ansprechpartner, die in uns so den Single Point of Contact gesehen haben. Also, der eine Ansprechpartner, den man fragen muss, wenn man irgendwas mit CMS machen will, das waren dann ganz viele Messen. Wir sind durch die Weltgeschichte getingelt, waren auf der Internet World Cloud Fest hier unten angeschnitten. Da komme ich gerade her, ist die weltgrößte Hosting-Messe mit, glaube ich, 8000 Leuten oder sowas. Aber es gab eine Zielgruppe, die ist uns besonders aufgefallen, das waren die IT-Security-Firmen. Die haben uns die Bude eingerannt und wollten unbedingt alle wissen und Partnerships und Contracts und was weiß ich nicht was. Weil das gemeine CMS ist das Worst-Case-Szenario der IT-Security. Schlimmer wird es nicht mehr. Das sind Systeme, die sind per Definition online erreichbar, sonst macht es relativ wenig Sinn im Internet. Die sind verhältnismäßig komplex aufgebaut, dementsprechend ist die Angriffsfläche oft relativ groß. Es ist Open-Source, also Lücken sind in der Regel öffentlich dokumentiert, man kommt da einfach ran. Und sie hängen an dicken Internetleitungen, laufen auf dicken Servern. Das ist der heilige Gral im Hackerland. Und das Hauptproblem ist, dass der Wald- und Wiesen-Administrator bei der Absicherung ungefähr so vorgeht. Und ja, im Original, in meiner Notiz steht hier, Often configured and maintained by users with low IT-Security-Knowledge. Das ist dann die vorsichtige Umschreibung. Also das ist halt für die einfach kein Thema. Und das Ergebnis sieht dann meistens so aus. Also wenn man glückt hat, sieht das so aus, dass man dann nur bei der syrischen Hacker-Army gehackt worden ist. Das blödere Ergebnis ist, wenn die Website an sich einfach weiterläuft, aber man seit drei Monaten leider ein Bank-Trojaner hostet und dann irgendwann die Polizei vor der Tür steht und eine Hausdurchsuchung macht, was man denn mit denen zu tun hat. Deswegen sind wir spannend für eine ganze Reihe von Ansprechpartnern. Es gab das BSI, Deutschland hat ein eigenes Amt für IT-Sicherheit. Die haben eine Studie zum Thema CMS-Sicherheit gemacht und haben uns kennengelernt und wollten, dass wir in dieser Studie teilnehmen. Die Switch, das ist die NIC-AT in der Schweiz, die machen zum Beispiel regelmäßig Security-Workshops für Hoster, wo wir eingeladen sind, weil die Hoster haben in der Regel von sich aus wenig Security-Probleme, aber das, was die Kunden da laufen lassen, macht die Security-Probleme. Hoster an sich ist ein Riesenthema. Da habe ich ständig irgendwelche Anrufe. Es gab einen sehr netten Anruf von einem Hoster, da hat irgendwie gerade das LKA die Bude gestürmt, weil über eine Seite, die bei diesem Hoster gehackt wurde, sind mehrere wichtige Rechner bei einem niedersächsischen Autohersteller verschlüsselt worden. Da hat eine Joomla-Seite, so Ransomware, gehostet und dann sind bei VW die Lichter ausgegangen. Das war unlustig. Antivirusfirmen, eine ganze Reihe. Und jetzt sind wir gleich da. Eine der Initiativen, die sich bei uns gemeldet hat, war die Initiative S. Kannten wir nicht, haben wir uns angeguckt, war zu seiner Zeit eine Website und da war so ein Eingabefeld, da konnte man die Domain eingeben und hat an das Ding gesagt, Webseite sicher oder Webseite unsicher. Nach knapp zehn Jahren bin ich vorsichtig, wenn es darum geht, dass das so binäre Entscheidungen sind. Also Dinge sind in der Regel nicht ganz sicher oder ganz unsicher. Es gibt viel dazwischen. Das hat mich ein bisschen misstrauisch gemacht. Deswegen haben wir uns das Ding mal genauer angeguckt und waren nicht zu 100 Prozent happy mit der Aussagekraft dieses Tools. Das wurde seinerzeit entwickelt vom Eco-Verband, das ist der Verband der deutschen Internetwirtschaft und finanziert aus Ministeriumsgeldern. Weil die deutsche Bundesregierung immer mal gesagt hat, liebe Ministerien, jeder von euch muss irgendwas mit diesem digital machen. Und das Bundeswirtschaftsministerium in Deutschland hat gesagt, okay, da machen wir was mit digital und irgendwas mit Sicherheit bei Firmen. Da haben sie einen großen, großen, großen Geldtopf hingestellt, haben das Initiative für Sicherheit in der Wirtschaft genannt und in diesem Topf kann man sich dann in Form von Fördermitteln bedienen, wenn man ein Projekt macht, das die Sicherheit von kleinen und mittleren Unternehmen verbessert. Wir haben Initiative erst dann gesagt, dass ihr Projekt kacke ist und die haben dann gefragt, ja, okay, stimmt, können wir nicht mal was gemeinsam machen. Und daraus ist Civecos entstanden. Civecos wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert, gibt es jetzt seit 2016 und hat zum Ziel, die Sicherheit von KMUs, insbesondere was Webseiten angeht, ein bisschen zu erhöhen. Wenigstens ein bisschen. Es sind vier Projektpartner, die mit im Spiel sind. Den CMS-Garden haben wir jetzt reichlich zugehört. Soll CMS-spezifisches Wissen einbringen. Weil wenn das irgendwie, ich weiß nicht, wenn das Siemens macht oder die Telekom oder sowas, die sind vielleicht ganz gut in IT-Security, aber die haben überhaupt keine Ahnung davon, wie Wald- und Wiesel-Administratoren ihre Websites bauen. Der Eco-Verband als Verband der deutschen Internetwirtschaft, die sind extrem gut im Netzwerk und im Papierkrieg. Die Roh-Uni und Hackmanid, das ist derselbe Personenkreis, die kommen aus dem wissenschaftlichen Bereich der IT-Security. Die machen so die harte wissenschaftliche Arbeit, bauen irgendwelche komplexen Techniken, Scanner und sowas. Für uns extrem wichtig war tatsächlich der Eco, weil der Berg an Papierkram, der damit verbunden ist, ein Euro von diesem Ministerium zu bekommen, ist unglaublich. Ich bin froh, dass ich möglichst weit davon weg bin. Sivecos macht im Wesentlichen vier Dinge. Das erste ist, wir wollen Awareness-Building betreiben. Also Leuten überhaupt klar machen, dass ihre Website ein Ziel ist. Eure Kunden oder Leute, für die ihr Websites baut, werden in der Regel sagen, meine Website wird sowieso keine hacken, weil ich bin ja nur Bäcker. Niemand hackt Bäcker oder wir sind ein Kinderheim. Niemand würde es übers Herz bringen, ein Kinderheim zu hacken. Es interessiert keinen Menschen, was die Seite macht. Die werden alle angegriffen, weil es um die Plattform dahinter geht. Also veröffentlichen wir Presseartikel, wir machen so lustige Erklärvideos oder noch viel schlimmer, wir laufen zu IHKs. Der Kollege hier unten, der Peter, war bei, ich glaube, ungefähr 60 Handwerkskammern und bei Sanitärfachtagungen und sowas und hat immer wieder erzählt, eure Webseiten sind euer Hauptangriffsrisiko. Und das ist bei KMUs tatsächlich so. Wenn denen IT-Security-mäßig was auf die Füße fällt, ist es in der Regel die Webseite. Und den anderen Teil an Events, das mache ich gerade hier. Das ist der Part, den der Garden im CWCOS übernimmt. Wir erzählen das Ganze bei Community-Events. Die zweite große Säule ist den Dienst, den es auf cwcos.de dann gibt, quasi das öffentlich nutzbare Tool. Wir haben wieder einen Scanner gebaut, wie es damals auch bei der Initiative S war, aber dieses Mal einen in sinnvoll. Dieser Scanner gibt euch für jede Seite, die ihr da reinwerft, so einen Score, so einen Punktestand von 0 bis 100. Wenn ihr 100 habt, ja super, dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihr grobe Schnitzer habt, schon mal überschaubar. Wenn ihr einen Punktestand von 0 habt, dann ist die Seite in der Regel gehackt. Das ist so die grobe Einordnung und dazwischen ist ganz viel Raum. Wir generieren diesen Score über insgesamt aktuell noch fünf, bald dann acht Scanner. Der erste Scanner, kann ich gleich einmal in Ruhe zeigen, ist ein HTTP-Header-Scanner. Wenn ihr eine Webseite aufruft, gibt es immer einen Teil, der sichtbar ist, das ist dann später das, woraus die Webseite gebaut wird. Es gibt im selben HTML-Dokument den Head, da ist der Title-Tag drin und die Meta-Description. Und da drüber gibt es noch ein Head. Das ist der Head der eigentlichen Verbindung, mit dem ihr die Sachen abruft. Und in diesem Head gibt es Werte, die man setzen kann, die HTTP-Security-Header, die sicherheitsrelevant sind. Diesen Header habe ich am Anfang, hört ja keiner zu, ehrlich gesagt für totalen Humbug gehalten, weil ich dachte, habe ich nie was von gehört, muss also kacke sein, macht aber tatsächlich einen enormen Unterschied. Da sind so gängige Dinge drin, wie X-Frame-Options ist einer dieser Header. X-Frame-Options kann ich dazu benutzen, dass niemand meine Seite in einen iFrame einbetten kann. Ist ganz spannend, wenn ihr zum Beispiel, ich weiß nicht, ihr betreibt die Webseite für die lokale Volksbank-Filiale oder sowas und jemand will mit deren Webseite Phishing betreiben oder Click-Checking. Dann wird die Originalseite, die ihr gebaut habt, in einen iFrame eingebettet und jemand anders legt dann unsichtbare Felder drauf, damit wenn Leute ihre Kontonummer und das Passwort eingeben, geht das nicht an die Volksbank-Seite, sondern an den Angreifer. Das wird mit X-Frame-Options unterdrückt. Die Browser sagen dann einfach, diese Seite nicht im iFrame. Bums. Wir haben gescannt auf die Content-Type-Options. Ich weiß nicht, wer von euch Jumla 394 installiert hat, ich hoffe, ihr alle, dann musste man ja so eine Änderung an der htaccess-Datei machen. Da haben wir schon vorher nachgescannt. Wir prüfen, es gibt in den Browsern einen eingebauten Schutz gegen Cross-Health-Scripting, ist der aktiv. Wird SSL auf der Seite erzwungen? Das sind all die Dinge, die in diesem Header-Scanner landen. Der zweite Scanner, der hat noch Luft nach oben, ist der Info-Leak-Scanner. Da geht es hauptsächlich darum, das Spamming zu erschweren. Also der prüft zum Beispiel, ist im Quellcode der Seite eine E-Mail-Adresse, die nicht maskiert ist. Also hat da keiner statt ein Ad-Zeichen irgendwie so eine eckige Klammer Ad reingeschrieben oder ist das nicht mit JavaScript oder sowas. Da macht man es den Spammern halt extrem leicht, wenn man die Sachen einfach im Klartext da reinschreibt. Telefonnummern genau das Gleiche, geht auch so ein bisschen in die Social Engineering-Ecke. TLS ist das, was der Gemeinde Wald und Wiesn-Admin als SSL kennt, also verschlüsselte Übertragung. Da hat die Ruhr-Uni einen grandiosen Scanner entwickelt, der nicht nur prüft, ist Verschlüsselung an, aus, sondern wie gut ist die Verschlüsselung. Da gibt es auch diverseste andere Dienste von. Qualis, SSLabs ist dem einen oder anderen wahrscheinlich ein Begriff. Das Schöne bei dem TLS-Scanner von der Ruhr-Uni ist, das sind die Jungs, die die Lücken finden. Also die letzten beiden großen Lücken im SSL-Protokoll sind von der Ruhr-Uni entdeckt worden. Die sitzen dementsprechend an der Quelle und können die verrücktesten Dinge machen. Anekdote am Rande, dieser Scanner hat intern eine Abstufung im sogenannten Danger-Level. Wenn ihr das Ding ohne Registrierung auf CVE-COS benutzt, dann werden bestimmte Tests weggelassen, weil dieser Scanner, insbesondere bei irgendwelchen uralten Servern, die in Firmen-Intranets da vor sich hin fleuchen, kann es sein, dass der TLS-Scanner die bei höherem Danger-Level auch einfach zum Absturz bringt. Passiert. Haben sie gerade beim Netflix-Mail-Server gemacht. Malware und Phishing. Wir prüfen, ob die Seite bereits ein bekanntes Spam-Schleuder ist. Dafür gucken wir zum ersten in den HTML-Code. Ist da irgendwas drin, was da nicht reingehört? Und wir prüfen, ist die Seite bei Google als solchen Verursacher bekannt? Steht die irgendwo auf einer Mail-Blacklist, weil ihr ohne es bemerkt, jeden Tag schon 5000 Mails mit Viagra-Spam verschickt? Das ist das, was dieser Scanner macht. Hier sollte jetzt eigentlich Versions-Scanner stehen. Denkt euch, dass Version dazu. Ist jetzt gerade ganz frisch, wird hoffentlich nächste Woche dann online gehen. Wir prüfen, welches CMS sie einsetzt und welche Version. Und ist diese Version bekannt verwundbar? Das ist für euch, die ihr es bis hierhin jetzt in den Joomla-Day geschafft habt, wahrscheinlich ein No-Brainer, dass man sein System regelmäßig aktualisiert. In der Realität sind veraltete CMS aber die Ursache für erfolgreiche Hacks überhaupt. Deswegen wichtiger Scanner. DOM XSS ist eine ganz spezielle Variante von Cross-Side-Scripting-Angriffen. Also dann, wenn es jemandem gelingt, JavaScript in die Seite einzubetten. Mit JavaScript in der Seite kann man so ziemlich alles machen. Es kommen jetzt noch zwei weitere Scanner. Wahrscheinlich bis Anfang Mai. Das eine ist ein Mail-Scanner. Wir werden prüfen, ob der Mail-Server, der hinter dieser Seite steht, Verschlüsselung unterstützt. Und wenn ja, wie kaputt diese Verschlüsselung ist. Wir wissen aus unseren ersten Versuchen, dass gar nicht die Frage ist, ob die gut ist, sondern nur, ob die kaputt oder ganz kaputt ist. Weil Mail-Server-Verschlüsselung sind unvorstellbare Dinge. Wie gesagt, die Jungs haben gerade bei Netflix den Mail-Server kaputt gemacht beim Testen. Und der andere Scanner ist ein Port-Scanner. Ist insbesondere dann interessant, wenn die Firma IT unbedingt meint, man müsste die Website selber hosten. Dann ist das die gleiche Kiste, auf der noch, weiß ich nicht, irgendwie Samba läuft. Also diese ganzen Netzlaufwerke. Und ups, dann sind die auch im Internet. Passieren die verrücktesten Dinge. Das würde der Port-Scanner dann anzeigen. All das bekommt ihr zum Ersten, wenn ihr auf cwkos.de einfach eure Domain da reinwerft, in der ersten Übersicht. Im Free-Scan, so nennen wir das. Ihr könnt euch aber auch registrieren. Eure Domains da eintragen. Geht so ein bisschen wie bei Google Webmaster Tools. Muss mal so einen Meta-Tag eintragen oder sowas. Und dann scannen wir für euch die Seite regelmäßig und sagen euch vor allen Dingen Bescheid, wenn sich das Ranking massiv nach unten verändert. Die Alternative dazu ist, ihr benutzt das cwkos Joomla Plugin, das es natürlich auch gibt. Gibt es im Extensions Directory zum Download. Besteht im Wesentlichen aus zwei Dingen. Zum Ersten gibt es ein Plugin, das diese Validierung automatisch macht. Also ihr müsst da nicht selber einen Meta-Tag einbinden, sondern das macht das Plugin für euch. Und ihr habt beim Login im Backend direkt die Übersicht über euren aktuellen Score und müsst euch nicht mehr bei cwkos einbauen. Das gleiche Plugin gibt es auch für WordPress und Contao, Typo 3, arbeiten wir gerade dann. Als wir das gebaut haben, wir sind ja vier Projektpartner, gab es von Seiten des CMS-Gardens sofort den Reflex zu sagen, und alles, was wir bauen mit Steuergeld, muss öffentlich sein. Öffentliches Geld gleich öffentliches Ergebnis. Wir haben da bei den anderen Projektpartnern teilweise echt kämpfen müssen, weil es eine, ja da kamen die üblichen Vorurteile, also so Dinge wie, oh wenn das Open Source ist, dann kann aber jeder in den Code gucken und die Sicherheitslücken finden. Wir sagen, ja super, dann kann er die melden. Oder wenn das Open Source ist, dann könnte das jemand nehmen und weiter betreiben. Und wir, oh mein Gott, das wäre ja Katastrophe, wenn das nach Förderende nicht einfach stirbt. Haben uns deswegen durchgesetzt und im Sinne der Initiative Public Money, Public Code ist alles, was wir für cwkos entwickelt haben, alle Scanner, die Webseite, das ist übrigens eine Joomla-Webseite, alle CMS-Plugins, das ganze Gedöns, was das alles zusammenhält, ist alles Open Source bei GitHub und kann beliebig weiterverwendet werden. Cooles Tool. Ich glaube vor allen Dingen für fortgeschrittene User interessant, wenn es so in Richtung, wie kann ich meine Installation einfach noch ein bisschen weiter härten geht. Wenn wir aber mal ehrlich sind, gegen den da hilft das überhaupt nichts. Zum ersten, weil er die Seite wahrscheinlich nie findet. Und zum zweiten, weil Joe Average hier oder Max Mustermann hat ein riesiges Problem, er hat ein Zeitproblem. Wenn nämlich ein kritisches Joomla-Update erscheint, wissen wir aus Erfahrung und aus Monitoringgründen, dass man so zwischen sechs bis acht, manchmal acht bis zehn Stunden Zeit hat, um das zugehörige Joomla-Update einzuspielen. Und wer das nicht in diesem Zeitraum macht, ist gehackt. Das heißt, in Urlaub fahren, ohne Laptop zur Hand und Joomla-Updates monitoren, dürft ihr eigentlich gar nicht mehr. So, fanden wir in der Praxis, ist übrigens kein Joomla-Phänomen, gibt dieses Zitat aus der Drupal-Community, die hat eine kleine, eine klitzeklitzekleine Lücke, diese liebevoll Drupal-Get-On getauft haben, wo es das gleiche Phänomen war. Wer da nicht binnen sieben Stunden geupdatet hat, war gehackt. So, was brauche ich als Joomla-Security-Mensch also eigentlich? Mein Wunsch wäre, da säße jemand auf der anderen Seite, der wäre 24 Stunden für mich erreichbar, der würde verstehen, wie kritisch Sicherheits-Updates sind und der hätte die Möglichkeit, möglichst viele Joomla-Instanzen gleichzeitig abzusichern. Also, so jemanden hier, den bräuchte ich eigentlich. Und wir haben dann beim Nachdenken tatsächlich festgestellt, ach guck mal, den gibt es ja, das ist der Web-Hoster. Die Web-Hoster haben ja sowieso 24 Stunden irgendeinen armen Schlucker, sitzen in ihrem Nock, so heißt das, das Network Operation Center, eine dunkle Kammer im Keller mit vielen Monitoren, der dafür sorgen soll, dass das Rechenzentrum nicht anfängt abzubrennen. Und die Hoster sind in einer für mich persönlich super genialen Situation, weil ich schreibe einem Hoster und dann sind 18.000 Installationen gepatcht. Ist das nicht cool? Problem ist, die patchen nicht. Gibt da ein paar rechtliche Hürden, also man darf zum Beispiel in der Regel nicht einfach so in der Installation des Kunden herumfuhrwerken. Und selbst wenn man es dürfte, gäbe es ja das reale Risiko, dass man dabei was kaputt macht. Deswegen sagen die großen Hoster alle, wenn es ums Patchen geht, aber so, nö, 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 lassen wir mal. Alternativlösung, die könnten das ja filtern. Alle großen Hoster betreiben große Filterinfrastrukturen, um Brutforce-Sachen rauszufiltern. Also wenn mal wieder jemand in eurer Joomla-Instanz im Sekundentakt irgendwas mit WP-Login machen will, dann wird das in der Regel irgendwann durch diese Filter rausgefiltert. Die Hoster sind sehr vorsichtig, was den Einsatz dieser Filter angeht, aus zwei Gründen. Das, was an kommerziellen Filterregeln auf dem Markt ist, und da gibt es reichlich von, ist in der Regel von Firmen gebaut, die diese Filterregeln für alle Web-Apps ausliefern. Führt zwangsläufig dazu, dass der arme Schlucker, der die Joomla-Regel baut, am Tag vorher für andere Systeme was gemacht hat und deswegen keine Chance hat, jedes System gut zu kennen. Folge ist zwangsläufig, das, was die an Filterregeln veröffentlichen, macht in der Regel deutlich mehr kaputt, als dass es hilft. False positives ist da das Stichwort. Und die haben irre lange Wege, bis so ein kommerzieller Anbieter nach einem Update dann mal so ein Ruleset bereitstellt. Also irre lang klingt jetzt doof, wenn ich 24 Stunden sage, aber wir haben ja eben gelernt, 24 Stunden sind viel zu lang. Also brauchen wir was anderes. Wir brauchen eine Initiative, wo so ein Joomla-Security-Nerd, wie ich es bin, einem Hoster eine E-Mail schickt und da steht drin, lieber Hoster, wir haben jetzt gerade ein kritisches Joomla-Update veröffentlicht. Das ist für die und die Lücke und du solltest wirklich mal die folgenden Regeln hier, das ist eine Mod-Security-Filter-Regel, direkt bei all deinen Servern aufspielen, um deine Nutzer zu schützen. Ganz egal, ob sie updaten oder nicht. Ich habe das mal eine Zeit lang für Joomla, so als Insellösung betrieben, mit einer Handvoll deutschen Hoster. Die Ergebnisse waren ehrlich gesagt ziemlich genial. Und dann dachten wir oft, weißt du was, dann machen wir das größer. Und daraus ist die dritte Säule von Sevecos entstanden, der Sevecos Hoster-Service. Man erkennt hier jetzt überhaupt nichts. Ist im Prinzip das, was ihr vorher gesehen habt, nur in einer Online-Plattform. Wir bieten an zentraler Stelle für die Web-Hoster, die Informationen bei kritischen Sicherheitslücken, ist das Problem vernünftig rausfilterbar und wenn ja, wie. Konkreter Ablauf ist dann, wenn ich für Joomla weiß, oh, nächste Woche Dienstag patch und dann brennt der Baum, schicke ich den Hostern vier Tage vorher schon eine Mail und sage, liebe Hoster, sorgt dafür, dass ihr euren Firewall-Idioten sofort aus dem Urlaub zurückholt. Der muss am Dienstag um Viertel nach drei vor seinem Rechner sitzen, um die E-Mail zu verwursten, die ihr dann bekommt. Dann kommt der eigentliche Patch raus. Gleichzeitig verschicke ich im Hintergrund meine Info-Mail an die, ich glaube inzwischen knapp 150 Empfänger, die auf dieser Liste sind. Die spielen das ein und dann ist egal, ob der Nutzer updatet oder nicht. Verrückt, weil das funktioniert extrem gut und es ist niemand auf die Idee gekommen. Extrem gut, mal in Zahlen gemessen. Die letzte SQL-Injection-Lücke, die wir in Joomla hatten, die vom Frontend aus ausnutzbar war, das war irgendwas in Content History oder sowas, da habe ich eine Zahl von einem Hoster, dessen Namen ich nicht nennen darf, aber dessen Name die Quersumme 2 hat. Die haben in den ersten 24 Stunden, nachdem ich die Regel zugeschickt habe, damit 2,4 Millionen Angriffe rausgefiltert. Also die Regel hatte 100.000 Hits pro Stunde. Das wäre ansonsten eine Handvoll gehackte Seiten eventuell draus geworden. Die Hoster finden das ganz charmant, weil es spart ihnen Geld, also so ganze Reisebusse randvoll mit Geld, weil sie den Supportaufwand nicht betreiben müssen, den sie haben, wenn Kunden gehackt sind. Normalerweise ist es so, gerade in diesem niedrigpreisigen Hosting, wenn der Kunde eine Supportanfrage pro Jahr stellt, ist die gesamte Marge, die der Hoster an diesem Kunden verdient, für das Jahr weg. Dementsprechend sind die da ganz dankbar für. Und wir machen das für Joomla, für WordPress, für Typo, für Plone, für Drupal inzwischen leider nicht mehr, weil Drupal sich jetzt dazu entschlossen hat, die Regeln zu verkaufen. Da muss man jetzt für Zahlen, wenn man die haben will. Und für Contao. Genau, das ist der Teil, der bei Sivikos in meinen Augen im Hintergrund den mit Abstand größten Effekt hat, den man aber nicht so sieht. Deswegen erzähle ich jetzt davon. Und Grundidee ist einfach nur, wir kriegen über diesen Service das schwächste Glied in der Kette raus, nämlich den Wald- und Wiesen-Admin, der das einfach nicht, selbst wenn er will, nicht in dem Zeitfenster hinbekommt, in dem wir das eigentlich bräuchten. Genau. Sivikos ist jetzt gerade nochmal verlängert worden. Wir haben die Förderung verlängert bekommen von 26 Monate auf jetzt insgesamt, glaube ich, 39 Monate. Endet dementsprechend Mitte Dezember, glaube ich, jetzt. Wir werden da weitere Scanner einführen, wir werden den Host-A-Service noch ein bisschen ausbauen und wir werden uns vor allen Dingen Gedanken machen, wie wir den Service langfristig weiter betreiben können. Es ist ein komplett kostenfreier Service, also was heißt, kostenfrei ist er mit Steuergeldern bezahlt, aber für den Endnutzer dementsprechend kostenfrei. Wir müssen uns so ein bisschen drum kümmern, wo wir die 300 Euro Hosting im Monat herbekommen, aber es ist ein lösbares Problem. Das heißt, es ist absehbar, dass es die Dienste, die Sivikos bietet, auch nach Projektende weitergeben wird. Den Host-A-Service sowieso, das mache ich aus purem Überlebenswillen, aber auch die Scanning-Infrastruktur. Könnt ihr also bedenkenlos eure Sachen reinwerfen und es gibt da auch keinen Haken dran. Wenn ihr Probleme habt, sagt dann mir Bescheid. Genau. Ja, das bin ich. Gibt es Fragen? Zwischenfragen? Ja, bitte, Feuer frei. Für die Aufzeichnung Frage war, ob die großen Hosta All Inkel, Hetzner oder Mitwald, ob die über den Host-A-Service abgedeckt sind. Die Antwort ist unterschiedlich. All Inkel ist in meiner Empfängerliste, Hetzner ist in meiner Empfängerliste, wenn es ums Shared-Hosting geht, die Server können naturgemäß nicht absichern, wenn es Kundenserver sind. Mitwald bekommt von uns die Infos, hat aber einen anderen Ansatz. Mitwald betreibt aus diversen technischen Gründen keine Filterinfrastruktur, sondern patched-Installationen. Also wenn es ein kritisches Sicherheitsupdate geht, führen die einfach die Dateiänderungen aus. Ehrlich gesagt, glaube ich, die machen das einfach so. Nee? Dann teile dein geheimes Wissen. Du musst es im Software-Manager aktivieren. Wenn du Luna jetzt als Software-Manager aufgehst, dann ist das Standard-Manager. Wenn du aber das manuell installierst, musst du das aktiv anhalten. Okay. Für die Aufzeichnung, das ist bei Midwald nicht standardmäßig aktiviert, sondern man muss es im Software-Manager aktiv anschalten. Ansonsten weitere große Hoster, die es bekommen, 1&1-Gruppe, Strato benutzt das sehr gerne, OVH, dann die ganzen CDN-Provider, Cloudflare, Cumulus, wie heißt der andere, AWS, die bekommen das. Sehr viele Joomla-spezifische Hoster, prinzipbedingt. Die gesamten Schweizer Hoster sind über die Switch abgedeckt. Also es hat schon einiges an Reichweite, die dahintersteckt. Wir haben, als wir diesen Hoster-Service aufgebaut haben, lange drüber nachgedacht, ob es ein sinnvolles Kriterium gibt, wo man sagt, der darf und der nicht. Weil ich natürlich prinzipiell habe ich bestreben, den Empfängerkreis so klein wie möglich zu halten, weil die Firewall-Regel ist wie die readme.txt fürs Hacken. Also lässt einen sehr direkten Rückschluss darauf zu. Wir haben uns irgendwann dazu entschieden, kein hartes Kriterium zu machen, sondern es an ein Vertrauenskriterium einzuführen. Wenn uns Leute also aktiv ansprechen, also die wir mal face-to-face gesehen haben, oder wenn diese Leute, die wir face-to-face gesehen haben, die wir dann eingeladen haben, noch jemanden bei einem anderen Hoster kennen, ist man, sobald du quasi einmal im System bist, kannst du frei Invites verschicken. wenn du jetzt rein willst, gibst du mir ein Kärtchen. Ja. Ja. Header-Scanner. Ja, genau. Hat zwei Gründe. Ein Teil dieser Header hat das Potenzial, Dinge, die vorher gingen, kaputt zu machen. X-Frame-Options, haben wir ja zum Beispiel darüber geredet eben kurz, würde unterdrücken, dass man die Seite in einem iFrame einbetten kann. Ich persönlich hätte keinen Vertrag damit zu sagen, wir machen das nächste Joomla 3 Update, da schieben wir das rein, dann ist es einfach standardmäßig an, aber dann stehen unter Garantie elf Trillionen Menschen in dem Support-Foreum und sagen, das geht nicht mehr. Das wäre so ein Backwards-Breaking-Change, so nennen wir das im Fachsprech, irgendwas, was vorher ging, geht danach nicht mehr. Deswegen können wir diese Header innerhalb von Joomla 3x nicht mehr standardmäßig aktivieren. Es wird mit Joomla 4 kommen, Joomla 4 hat eine Standard-Konfiguration für all diese Header. Für Joomla 3 gibt es ein super Plug-in, womit man das nachrüsten kann. Das ist auch im CivilCos-Wiki verlinkt. Ich gucke sonst mal gerade. Ich zeige es jetzt gleich im Beamer-Moment. Das da. Ich mache das hier mal in groß. Das ist das Plug-in des Kollegen Tobias Zulauf. Mit dem kann man all diese Header bequem aus dem Backend heraus setzen. Das ist ab Joomla 4 dann goer Bestandteil. Ich habe das bei uns inzwischen in der Standard-Installation drin, die wir an Kunden ausspielen mit entsprechenden Headern bereits vorgesetzt. Macht Sinn. Ihr werdet mit einer Joomla-Seite ein gewisses Problem haben bei Civicos, nein, mit jeder CMS-Seite ein gewisses Problem haben, den 100er-Score bei Civicos zu knacken. Hängt damit zusammen, dass wir einen Header prüfen, der im Optimalfall das Cross-Side-Skripting, also die Möglichkeit, JavaScript einzuschleusen, komplett absägen würde. Das ist die sogenannte Content Security Policy, CSP. Content Security Policy sagt dem Browser, lieber Browser, du darfst Schriften laden von fonts.google.com du darfst JavaScript ausführen, das von weiß ich nicht, joomla.at kommt und Bilder von bilder.at und von meiner Domain oder sowas. Also man kann damit ganz explizit whitelisten, was da von wo kommen und im Browser ausgeführt werden. Und damit einhergeht, man kann dem Browser verbieten, alles andere zu tun und alles andere schließt dabei ein Inline-Styles, also irgendwas CSS-mäßiges, was direkt in der Webseite eingebettet ist und Inline-Skripts, irgendwas JavaScript-mäßiges, was da reinfällt. Leider braucht Joomla letzteres. Also wir brauchen sowohl Inline-Styles als auch Inline-Skripts, um zum Beispiel die ganzen What-You-See- is What-You-Get-Editoren, hier so Tiny und Co. die setzen alle Inline-Styles, um einen Text in die Mitte zu kriegen. Heißt, mit einer strikten CSP, die diesen 100er-Score knackt, geht mein Tiny nicht mehr. Deswegen ist das für die Großteil der Seiten relativ unpraktikabel, zumindest aktuell noch. Wir basteln mit Joomla 4 an einer Lösung, die das möglich macht, wenn Entwickler, also zumindest für JavaScript, wenn Extension-Entwickler sich an den Joomla-Core halten. Zwar gibt es im Joomla-Core eine zentrale Stelle, wo man als Entwickler sagen müsste, hier, guck, JavaScript, Joomla, mach. Und an dieser Stelle würden wir uns mit der Content-City-Policy dazwischen hängen und würden sagen, das, was darüber kommt, wird ebenfalls explizit gewitelistet und kann dann ausgeführt werden. Inline-Styles müssten wir zulassen, sonst geht der Tiny nicht mehr. Aber Inline-Skripts, die nicht über Joomla-Core kommen, könnten wir dadurch verbieten und das würde Cross-Side-Skripting als Bedrohung im Joomla-Umfeld über Nacht quasi killen. Setzt aber voraus, dass Extension-Admins einfach mal das machen, was sie machen sollen, nämlich Joomla-Schnittstellen nutzen. Es gibt da so ein paar übliche, verdächtige Template-Clubs, irgendwelche Klitschen aus Fernost, Template-Clubs aus Hamburg, die gerne aus Prinzip an den Joomla-Schnittstellen vorbei arbeiten und das fällt einem dann alles auf die Füße. Ist ja nicht so, als würden wir das ohne Grund sagen. Ja. Nein. Aktuell ist es ein reines Anzeige-Plugin. Absichern würdest du dann tatsächlich über das Header-Plugin machen und alle weiteren Sachen, die da angegeben sind, also InfoLeak zum Beispiel, da ist eine E-Mail-Adresse drin. Wie soll ich das technisch machen? Da musst du halt gucken, wie ist diese E-Mail-Adresse eingebunden, beziehungsweise da musst du den Joomla dann das E-Mail-Verschleierungs-Plugin anmachen oder irgendwas stimmt mit dem SSL nicht, da hast du sowieso nichts mit zu tun, das macht dein Host da. Also wir haben bei den anderen Dingen wenig Möglichkeiten, da technisch aus dem Zermess heraus einzugreifen. Ja. 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 Wir haben die Tiny-MCE-Jungs zur Joomla World Conference nach London eingeladen und wollen genau das dann mal besprechen. Ja. Dass es durchaus möglich ist, mit einigen Verrenkungen den Score zu bekommen, sieht man an cwkos.de Wo ist meine Maus da? Ich hoffe, das läuft jetzt durch und der Vorführeffekt grätscht nicht inzwischen. cwkos.de ist eine Joomla-Seite. Wer hätte das gedacht? Und na gut, das muss ich nachher mal nachgucken. Aber in allen weiteren Was ist das denn, ich hasse das. Eigentlich würde jetzt hier 100 stehen, aber ich gucke das nachher mal nach. Aber es geht, ne? Also gerade CSP bekommt man hier es mit einigen Verrenkungen auch hin, dass es der Empfehlung entspricht. Das stimmt gar nicht. Den habe ich gesetzt. Egal. Das Template ist übrigens auch Open Source. Liegt auch bei GitHub. Gut. Weitere Fragen? Nein? Ja. Ist WebCore auch dabei? Oh, du fragst mich Sachen. War 150 im Fernsehen. Ich habe den nicht. Ich gucke es gleich mal nach, wenn wir hier durch sind. Gut. Ja? Ja. 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 Also, gefährliches Halbwissen bei mir. Ich habe den Entwickler vom Scanner auch dreimal gefragt und habe es auch nicht zu 110 Prozent verstanden, aber ich glaube zu 90. prinzipiell bedeutet es, dass du an irgendeiner Stelle deines JavaScript-Codes, der auf der Seite ist, eine Funktion benutzt wie, was weiß ich, Punkt in der HTML. Also, wo du sagst, ich setze bei einem Element das in der HTML, also das Markup, was innerhalb dieses Element sein soll und verwendest an dieser Stelle irgendwie User-Input. Weil es darüber sein könnte, dass wenn jemand User-Input da reinschiebt, dass er das DOM, also das Markup, was rausfällt, manipuliert, um Cross-Sight-Scripting zu betreiben. Also, in der Regel steht irgendwo auf der Seite sowas wie Punkt in der HTML oder ein paar andere Stichwörter. Und das sind genau auch die, auf die sich der Scanner prüft. Und der Entwickler sagt ganz explizit, dass das immer kann, aber nicht muss-Szenarios sind. Also, er macht da einen relativ stupiden Test, deswegen bin ich mit dem Scanner auch nicht so hundertprozentig glücklich. Er guckt einfach nur, ist das da? Und die Verifizierung und den Schluss musst du dann selber ziehen. Aber wir sind dran. Der Scanner steht noch auf der Könnte-Liebe-Vertragen-Liste. Gut, dann vielen Dank. Applaus